Hey! Charlotte, wo kommst du denn her? Äh... Ach, ist mir egal. Gut. Ich bin so froh, dich zu sehen. Wieso? Ist irgendwas Merkwürdiges passiert? Es ist völlig verrückt. Das war der abgedrehteste Schultag. Und dann, kaum war ich zu Hause, wurde es hier noch viel abgedrehter. Was ist so abgedreht? Na ja, mal angefangen bei meinen Eltern. Aus irgendeinem Grund sehen die auf einmal ganz anders aus. Wie Kim und Kanye. Hi, Charlotte. Ich bin ein Genie. Cool. Warum sehen meine Eltern aus wie Kim und Kanye? Tun sie das? Ist mir nicht aufgefallen. Na ja, vielleicht fällt ihr auf, dass Piper einen Vollbart hat und auf so eine Art Laute spielt. Ich schenk meinem Schatz ein Hühnchen. Das hat kein Gesicht. Wieso singt sie das? Ich... Ich hab keine... Alle Hühnchen haben Gesichter! Weißt du, mein Hausmädchen hat mir gesagt, dass der Teleporter noch nicht ganz perfekt ist. Ja, er kann nicht zwei Menschen auf einmal transportieren. Ja, und wenn ihr es versucht, dann passiert etwas Furchtbares. Oh, Ray. Du warst doch schon immer ein ganz furchtbarer Lügner. Ein netter Versuch, alter Kumpel. Alter? Es war schön, dich zu sehen, Ray. Nein! Stopp! Das ist offensichtlich! Schwarz, was ist da los? Mein Teleporter hat leider eine Fehlfunktion. Oh nein! Aber, Schwarz, was ist denn da auf einmal los? Meine Erfindung hat die zwei einfach zusammengewürfelt. Und nun sind sie so... Dings! Setz deinen Geruchs- und Tastsinn ein! Ich bin davon überzeugt, dass dir das jetzt weiterhelfen wird! Ich kann, aber Schläge überhaupt nicht riechen! Kannst du sie fühlen? Ja, sehr deutlich sogar. Ich hab Probleme. Der hat echt viele Morgis. Er macht mich fertig. Dein Bild wird in unseren Tunneln sehr gut aussehen. Nein, wird es nicht. Denn das Licht hier unten ist absolut falsch. Das kann ich aber ändern. Bereit? Ja, mach an. Findet ihr das Bild sieht wundervoll aus? Henry! Oh, hey, wir schelpen. Wissen Sie, wieso diese grüne Frau hier... Du steckst in bösen Schwierigkeiten! Wieso? Meine Katze war seit einer Woche nicht mehr auf dem Klo! Und was, bitte, hab ich damit zu tun? Ich denke, George Clooney ist auch involviert. George Clooney? Ja! Was ist los mit meiner Katze? Sag es uns! Sag es unseren Augen! Wieso schreist du Henry an? Und du hast mir nichts vorzuschreiben? Halt die Klappe, rechtes Auge! Was ist hier bitte los? Oh, Henry, du bist so witzig! Wir müssen über dich lachen! Also dann lachen wir mal los! Nee, ich hab doch gar nichts witziges gemacht! Ruder, 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 die Katze quer durch Zeit und Raum! Frohlich sein! Fröhlich sein! Fröhlich sein! Die Katzele quer durch Zeit und Raum! Frohlich sein! Fröhlich sein! Die Katzele quer durch Zeit und Raum! Frohlich sein!атель christ Spr Stern Umtermann! Was ist hier bitte los, das Leben ist so ein Traum! خ Okay, und jetzt gleich noch mal, Freunde. Hallo, Kevin. Okay, und habt ihr denn noch alle Spaß? Ja! Klasse! Was verdammt noch mal ist hier eigentlich los? Wie ist dein Name, meine Kleine? Äh, Piper? Hallo, Piper. Und sei willkommen in meiner schönen Welt. Was meinst du mit deiner Welt? Ich sag's dir, Piper. So, pass auf. Schon unglaublich lange, da lebe ich ganz allein in dieser wunder-, wundervollen Welt. Ich bin immer einsam gewesen. Awww. Doch dann, und zwar gestern, da öffnete sich auf einmal dieses Tor von eurer Welt in meine. Dadurch kann ich endlich Freunde in meine Welt holen. Ja! Ich will aber nicht in deine Welt. Ich will lieber in meiner Welt sein. Was fliegt denn hier immer durch die Luft? Rate. Zuckerwatte? Ja, genau. Hier schneit es die ganze Zeit Zuckerwatte. Und diese Bank da vorn ist aus Karamell. Man beschmiert sich zwar damit, aber es schmeckt wirklich gut. Wieso hast du mich denn entführt, wenn's hier so wunderbar ist? Oh, tut mir leid. Ich dachte, dir würde es hier gefallen. Aber wenn du wieder in deine Welt willst, dann geh einfach durch das geheimnisvolle Portal. Nein, bleib lieber hier. Die Party hier ist echt K.U.F. Also das heißt total krass und fun. Oliver? Happy Halloween. Was hast du für ein super Kostüm? Ich bin ein Fresno Girl. Keiner wird wissen, wer das ist. Ich bin ne First Lady von früher, Barbara Bush. Ich werde verschwinden. Hey, hast du Lust auf was Süßes? Ja, ich werde dich ansehen, dann habe ich hier Süßes genug. Okay. Nachdem die Maschine mich unzerstörbar gemacht hatte, hat mein Vater den gleichen Vorgang mit drei Männern wiederholt. Und was ist mit denen passiert? Wurden die auch unzerstörbar? Oh nein. Aber die Maschine hat sie stark verändert. Und wie? Du willst das wissen. Ja. Du willst das wirklich wissen, weil ich aus dir... Oh mein Gott! Folgendes ist Dave McKellen passiert. Wer macht diese Geräusche? Oh, das ist aus! Bütiger! Folgendes ist John Walker passiert. Wieso sind da Füße? Oh nein, das ist falsch. Das ist ganz falsch. Und Folgendes hat die Maschine aus Glen Livid gemacht. Der sieht gut aus. Tut er? Bis ein kleiner Arm aus seinem Ohr rauskommt und ihm ins Auge sticht. Ach, ich bitte dich! Quatsch, sowas gibt's nicht. Au! Oh Gott! Au! 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 Oh Gott, mach das das auf! Dass das aufhört! Wow, ich bin sowas von gehypt. Wir haben inzwischen 11 Millionen Zuschauer, die live dabei sein wollen, wenn wir den größten Pickel aller Zeiten zum Platzen bringen wollen. Ich bin Jasper. Fertig? Eins, zwei, drei! Wieso habt ihr ihn aufgemacht? Oh mein Gott! Wie's fließt! Wie's fließt! Ich lach mich da. Das ist so ekelhaft! Ich wünsche euch Pickel an den Hals! Okay, Schluss mit dem Eiser! Das reicht! 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 Das ist so cool! Das ist so cool! Das ist so cool! wenn du livres Österreich des 아침s ab!!! Untertitelung des ZDF, 2020